Espresso Tycoon. Das ist ein neues Café-Simulationsspiel, wo du die Möglichkeit hast, verschiedene Cafés aufzumachen und deine eigenen Cafés und Variationen zu verkaufen. Die klugen Köpfe der Stadtverwaltung von Sydney beschlossen, eine erstaunliche Unterwasserstruktur zu schaffen. Ey, das sieht schon geil aus, ne? Okay, ja, wir müssen nur noch 200 Dollar einnehmen, aber wir müssen natürlich auch jetzt erstmal was kaufen. Sieht schon ein bisschen sehr cool aus. Haben wir hier schon eröffnet? Ne, wir sind noch... haben noch geschlossen. Vorräte. Bestellen wir mal ein bisschen was. Wir haben kein Badezimmer. Kein Kaffee, den sie nehmen würde. Belastend. Ah, hier kommt unser... unser Vorrat. Ich sammle mal eben unsere Vorräte ein. Delfin. Stacy! Stacy ist wirklich... ist ein wirklich schlauer Delfin. Unser Mitarbeiter ist jetzt wieder der gleiche. Der ist kacke. Der ist einfach kacke. Also man sieht auf jeden Fall, dass das Spiel einiges zu bieten hat.